Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Minecraft Staff und nachdem es lange kein Lebenszeichen von mir gegeben hatte, da ich einfach furchtbar viel Stress mit dem Studium hatte, war ich ja am Sonntag das erste Mal wieder beim Geah Hades zu sehen gewesen, nachdem der mich gleich für sein nächstes Video gekidnappt hat. Nun bin ich wieder frei und hier in meinem eigenen Video und habe diesmal den Geah Hades selber wieder mitgebracht, denn wir wollen heute weiter eure Fragen beantworten und die sind einige schon sehr alt, aber nichtsdestotrotz immer nach aktuell und sie warten natürlich darauf, dass wir endlich mal darauf eingehen. Deshalb haben wir 500 Fragen vor uns und es wird Zeit, dass wir uns denen einmal widmen. Genau so ist es und wer letzte Woche oder diesen Sonntag das verpasst hat, da findet den Link nochmal in der Videobeschreibung und wer es bisher nicht mitbekommen hat, da wir diese Serie jetzt lange Zeit haben ruhen lassen, es ist immer so, dass wir uns immer abwechseln. Ein FAQ-Teil erscheint bei mir auf dem Kanal und einer bei Minecraft Staff und ja, das ist einfach so ein Wechsel drin ist. So, und los geht es mit dem User, dem MarciMoto, der fragt, hey ihr beiden, ich habe in mehreren Videos von Minecraft Staff gesehen, dass du, nur eine Vermutung, alle Orte auf der Karte von Himmelsrand entdeckt hast. Kannst du mir einen Tipp geben, wie es am schnellsten geht? Zum Beispiel Laufwege, Spots, etc. Genau, also als nächstes erst einmal, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr alle entdeckt habt, dann könnt ihr ja mal durchzählen, es sind genau 343, die es zu entdecken gibt und zu denen man auch schnell reisen kann. Wenn ihr noch weitere entdecken wollt, dann kann ich euch ein paar Tipps geben. Zum Beispiel erst einmal immer in die Burgen, wie zum Beispiel die Drachenfeste hineingehen und dann habt ihr dort so eine Karte liegen und wenn ihr euch mit dieser Karte beschäftigt, beziehungsweise mit ihr interagiert, dann deckt ihr schon einmal die ersten Punkte auf. Weitere Punkte deckt ihr auf, wenn ihr dann zu einem Regal geht und einmal die ganzen Bücher durchlest. Da deckt ihr nämlich zum Beispiel Talentsteine und so weiter auf. Das heißt, da habt ihr schon einmal viele Punkte auf der Karte, zu denen ihr euch dann begeben könnt und dann das nähere Umfeld erforschen könnt, sodass das folgende Erforschen der Umgebung von Skyrim um einiges erleichtert wird, gerade wenn man noch nicht so weit herumgekommen ist. So, nächste Frage kommt von... Ultrakartoffel66. Genau, Ultrakartoffel66. Hey Minecraftstuffen Gerhardes. Meine Frage wäre, welches Pferd bevorzugt ihr? Afrak aus dem Dorngard DLC oder Schattenmähne? Heißt das nicht Arwag? Ich weiß gar nicht genau. Also ich weiß zwar, dass ihr in euren Videos meistens Schattenmähne benutzt und ihr auch mehr Damage macht, aber ich finde, dass Afrak cooler aussieht und wenn man zum Beispiel Sankuinis Rosa oder die Riesenkeule seinem Begleiter gegeben hat, braucht man den Damage von Schattenmähne nicht. Wie seht ihr das? Antwort mit Begründung. Danke schon mal im Voraus. Also ich bevorzuge Afrak. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der wirklich so heißt. Ich glaube, der heißt anders. Da wirst du dich wohl ein bisschen verschrieben haben, aber macht ja nichts. Ach ja, Begründung will er auch haben. Ja, die Begründung ist eigentlich ganz einfach, weil ich den komfortabler finde, weil man den beschwören kann. Zum Beispiel, wenn ihr in Dragonborn auf der Insel Solstheim unterwegs seid, dort gibt es ja eigentlich gar keine Pferde. Und ja, mit Afrak, wenn ihr den eben beschwören könnt, habt ihr dann eine Möglichkeit, eben über Solstheim zu reiten, die ihr sonst nicht hattet. Und ich finde es einfach sehr komfortabel, über einen Zauber das Schwert zu rufen. Und Schattenmähne ist ja euch mit überall hingeportet und alles. Das fand ich ein bisschen stressig. Wegen dem Schaden, was du angesprochen hast, da geht es mir überhaupt nicht drum. Weil ich bin jemand, der spielt Skyrim so gut wie ohne Begleiter, ohne Pferd, ohne alles. Nur ich, allein als Ein-Mann-Armee gegen alle. Insofern geht es mir wirklich nicht um den Schaden meiner Begleiter oder dergleichen. Also es geht wirklich um reine Bequemlichkeit bei dieser Frage. Vom Aussehen her finde ich beide recht cool. Genau, da stimme ich dir vollkommen zu. Auf einem Pferd muss man reiten können und sonst nichts. Ich persönlich bin auch immer ein großer Freund von Schattenmähne gewesen. Aber ich stimme dir natürlich vollkommen zu, dass es irgendwann nervig wird, wenn das Vieh sich ständig hinter dir herportet. Und wenn man zu einer Location geht, dass das Pferd gleich hinter einem wieder steht, geht einem wirklich nach einer Weile ziemlich auf den Kranz. Deshalb genau meine Ansicht, die du hier mitgeteilt hast. Haben wir wieder was gelernt. Pferde sind zum Reiten da. Zitat Minecraft-Stuff Ende. So, jetzt schauen wir mal, wen wir hier noch haben. Okay, Mr. Bastille-Loll. Frage. Ich habe als Sturmantel gespielt, am Ende General Tullius getötet und seine Rüstung bekommen. Kann ich auch an Ulfric's Kleidung kommen, obwohl ich als Sturmantel gespielt habe? Habe schon mit dem Taschendiebstahl-Perg versucht, mit dem man Rüstungen stehlen kann. Hat aber nicht funktioniert. Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich liebe euch. No Homo. Dankeschön. Wir lieben euch auch. No Homo. Antwort ist kurz und knapp. Du brauchst dir gar nicht so eine große Mühe zu machen. Hau einfach den Ulfric um und dann kannst du auch seine Kleidung nehmen. Also ist es genauso einfach, wie ich es jetzt gesagt habe. Am Ende von der Quest ist der nicht mehr untötbar. Dann musst du einfach mal ein kleines Schwert in den Bauch stecken und das war's. Simple. Genau. Dann haben wir hier den Balgor. Der fragt, ich habe eine sehr dringende Frage. Ich habe damals, als ich Skyrim neu hatte und noch einen Noob war, den Dämmerbrecher verkauft, weil ich es als Platzmangel im Inventar angesehen habe. Aber da wusste ich halt nicht, dass es ein deltrisches Artefakt ist. Und wie bekomme ich es jetzt zurück? Da habe ich ganz schlechte Neuigkeiten für dich, Balgor. Den kriegst du nicht wieder. Denn der ist weg. Das heißt, da kann man leider nichts machen, wenn man aus Versehen ein deltrisches Artefakt verkauft und das nicht innerhalb von binnen, ich glaube 48 Stunden waren es, versucht zurückzuholen, ist das Ganze leider weg. Genau, 48 Stunden bleibt das ganze Ding im Inventar vom Händler. Danach ist es ohne Cheats unwiederbringlich verloren. So, dann schaue ich mal den Königskirmes Minecraft-Stuff. Wenn Elder Scrolls Online rauskommt, machst du dann bitte trotzdem weiter Skyrim-Videos? Ja, auf jeden Fall. Elder Scrolls Online werde ich natürlich auch bringen, aber natürlich auch Skyrim. Einfach weil Skyrim wirklich das absolute Lieblingsspiel ist, was ich habe. Und da jetzt in letzter Zeit auch viele fragen, ob ich mal Mochowind und Oblivion machen könnte, werde ich mich auch damit beschäftigen, obwohl dann natürlich keine Tipps und Tricks kommen werden. Dafür ist es einfach zu alt. Aber die Geschichte, die dahinter steckt und die ja auch mit Skyrim in Verbindung steht, ist einfach unheimlich interessant. Und deshalb werde ich einfach dieses gesamte Elder Scrolls als Serie viel mehr in den Fokus rücken in nächster Zeit. Habt ihr ja auch schon in den Mythen-Videos gesehen. Da können wir uns gerne nochmal absprechen. Dass wir uns da nochmal, weil da wäre ich nämlich zum Beispiel auch dabei. Zum Beispiel Morrowind habe ich geliebt und liebe ich immer noch. Also das bringt mich gerade auf die Idee, da könnte ich doch auch mal ein Video zu machen. Insofern, guter Vorschlag. Jetzt deinerseits Minecraft-Stuff. So, schauen wir mal weiter. Wen haben wir jetzt noch? Als nächstes haben wir hier den Elo-Tick-Ich-Will-Dich. Boah, klasse. Mit Google Plus kann man sich jetzt so richtig schöne, ewig lange Namen geben. Also, der fragt. Ich habe meinen Begleiter geschlagen, in Klammern, ganz oft. Und dann war er sauer und wollte mich töten. Ach was. Dann bin ich weggelaufen und dachte, ich habe ihn abgehängt. Aber nach ein paar Minuten war er auf einmal hinter mir und schlägt mich. Und jetzt rennt er mir immer hinterher. Und wenn ich mich wegporte, dann findet er mich immer wieder. Ich will ihn aber nicht töten, denn er hat eine Riesenkeule. Hilfe. Herrlich. Klasse Leistung. Gratulation. Ja, also erstmal dazu danke für diesen Post. Made my day. Ganz ehrlich. Fantastisch. Ja, dazu kann man nur sagen. Also gut, klar, du kannst das Normale probieren. Das heißt, Schwert oder Waffe wegstecken und versuchen, mit ihm wieder zu reden. Wenn das nicht funktioniert und das tatsächlich nicht hinhaut. Ich meine, manchmal spackt die KI in Skyrim auch mal ein bisschen rum. Das kann durchaus mal passieren. Dann hast du halt nur die Möglichkeit, ihm wirklich mal Tod zu kloppen. Oder aber du überlegst dir vielleicht vorher, dass du deine Begleiter, die du nicht töten willst, vielleicht nicht so oft schlagen solltest. Also das wäre jetzt so die einfachste Therapiemöglichkeit, sag ich mal. Wenn du einfach deine aggressive Spielweise vielleicht abändern würdest, dann wäre dir und allen NPCs auch geholfen. Genau. Und wenn du Angst vor der Riesenkeule hast, dann würde ich dir empfehlen, borte dich einfach mal in so eine Höhle, wo eine Falle mit Feuer auf dem Boden ist. Und ja, lauf da drüber. Und er wird dir hinterherlaufen und dann dort zu Boden gehen. Und dann musst du eigentlich nur noch einmal draufhauen. Und dann hat sich auch das Problem für dich erledigt. So. Dann, wen haben wir denn noch? Ah ja, hier, den FursiJones99. Hallo Minecraft-Stuff und Gerhardus. Eure Videos sind super, vielen Dank dafür. Meine Frage, besitzt ihr das Skyrim-Lösungsbuch? Das würde mich mal interessieren, da ihr viel wisst von den Sachen, die im Buch stehen. Oder ist es das Internet? Ja, ich besitze es nicht, obwohl ich es schon einmal auf dem Kanal verlost habe. Aber besitzen tue ich es nicht und verwenden eigentlich auch nicht. Aus dem einfachen Grund, da man viel aus eigener Erfahrung mitbekommen kann. Und auf der anderen Seite natürlich die ganzen Foren im Internet, beziehungsweise die Modderforen, die wirklich ganz, ganz aktiv sind, sind eine viel, viel bessere Quelle. Da kann man auch mit Menschen in Kontakt treten, die ähnliche Probleme haben und sich genau dasselbe interessieren. Das heißt, das macht viel mehr Spaß, als dort in diesem Buch zu lesen, das zudem auch noch Geld kostet. Also das Buch, das Geld kostet, das du gerade so viel kritisierst, das habe ich hier rumstehen. Ebenso wie das Oblivion-Lösungsbuch, das ich aber kürzlich verlost habe, das inzwischen der neuen Besitzer haben sollte. Und das Lösungsbuch ist eine super Sache. Es ist, glaube ich, 500 oder 600 Seiten voll. Tatsächlich ist es aber so, also ich habe das damals zum Spielen genutzt, weil ich halt alle Secrets wissen wollte und sonst was. Dafür ist das schon ganz praktisch, auch wenn die meisten Tabellen, die enthalten sind, nicht mehr aktuell sind, schon damals auch Fehler enthalten haben. Aber, um jetzt auf den Punkt zu kommen, für meine Videos habe ich das Buch so gut wie gar nicht genutzt, weil die meisten Sachen, die wir jetzt so gemacht haben in unserem Tipps- und Tricks-Bereich, die fallen ja außerhalb dieses Lösungsbuchers-Schema, sage ich jetzt mal. Also Glitches etc., solche Sachen stehen natürlich nicht in diesem Buch drin. Das sind dann tatsächlich Sachen, die man, also mir geht es zumindest so, die man dann einfach durch Spielen einfach mitbekommen hat. Zum Beispiel die Level-Guides, die ich gemacht habe, wie er Magie, Kriegersachen levelt, das habe ich nirgendwo aus dem Lösungsbuch oder dergleichen, sondern einfach durch Erfahrung im Spiel, so mir erarbeitet, sage ich mal. Das heißt, für mich ist es so, Haupt-Hintergrund ist für die Videos die eigene Erfahrung aus dem Spiel, gefolgt von, wie Minecraft sagt, das Internet, und dann an letzter Stelle noch ab und an mal das Lösungsbuch, wenn man es verratet zieht, um eben noch eine Kleinigkeit zu ergänzen. Genau. So. Nächste Frage kommt von Florian Frenster und er fragt, wie komme ich in die Dunkle Bruderschaft? Ja, kurze Frage, lange Erklärung, die darfst du liefern. Ja, mal schauen, ob wir das noch zusammenkriegen nach der ganzen Zeit. Also Dunkle Bruderschaft ist natürlich die schwerste Gilde, um da Zutritt zu bekommen. Und zwar musst du da reisen nach, um Gottes Willen, nach Windhelm, war das? So, und in Windhelm wiederum gibt es ein Haus, über das auch in der Stadt Windhelm schon geredet wird. Also normalerweise sollte es so sein, dass der erste Event, den du auslöst, wenn du nach Windhelm kommst, ein Gespräch ist, in dem du zuhören kannst. Ich glaube, zwischen einem Kind und einer Mutter, wenn ich mich nicht täusche, da geht es um ein geheimnisvolles Haus, und das müsst ihr dann finden. Das ist auch relativ verwinkelt. Da gibt es aber einige YouTube-Videos, die euch das zeigen. Und wenn ihr das dann gefunden habt, dann seht ihr, dass da so ein Kind ein Ritual vollführt, um jemanden von der Dunklen Bruderschaft zu rufen. Und dann startet quasi die Questreihe. Und wenn ihr das dann geschafft habt, also dieses kleine Intermezzo, dann müsst ihr euch schlafen legen, am besten im Gasthaus. Und dann geht wirklich die richtige Questreihe der Dunklen Bruderschaft los, denn ihr wacht dann an einem anderen Ort auf. Genau, aber dazwischen kommt noch der Teil, wo ihr erst mal seine ehemalige Erzieherin um die Ecke bringen müsst. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel spoilern. Eines der Videos, was du angedeutet hast, das genau das Ganze erklärt, ist übrigens auch auf meinem Kanal zu finden und werde ich hier unter dem Video verlinken. Nächste Frage. Also, wo sonst? Okay. Wen haben wir denn noch? Kleinen Moment. Super-Gandalf-LP. Ah ja, lohnt sich das Hörfire-DLC? Wir haben noch keine DLCs, nur Skyrim. Ja, lohnen tut es sich sicherlich. Mir hat es auch relativ viel Spaß gemacht, obwohl viele Leute auch darüber gelästert haben. Aber wenn du noch keine DLCs hast, würde ich dir als allererstes zu Dragonborn oder Dorngard raten. Am besten zu Dragonborn. Das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Bringt viele neue Items rein, bringt viel Spielzeit und macht enorm viel Spaß. Also, Hörfire würde ich da wirklich ganz hinten anstellen. Genau. Dragonborn sehe ich genauso und hat halt auch einfach noch Solstam, ein komplett neues Gebiet. Ist einfach fantastisch. Und tatsächlich habe ich meine YouTuber-Karriere ja gestartet mit dem Hörfire-DLC. Das heißt, wenn du dazu nochmal Fragen hast oder sehen willst, was denn da so alles geht, findest du bei mir in der Tipps- und Tricks-Playlist zu Skyrim auch komplett ein Kompendium, was Hörfire angeht, wo ich zeige, was da alles funktioniert und wo die Fundorte gewisser Sachen sind, da einfach mal reinschauen. So, dann würde ich sagen, die letzte Frage für diese Folge. Ja. Und die kommt vom iFataliSS. Und der fragt, was ist der beste Bogen? Gut, das ist total subjektiv. Also, wenn du rein vom Schaden her gehst, könnte man jetzt argumentieren. Es kommt natürlich aber auch auf die Verzauberungen an, die draufliegen. Vom Schaden her ist es natürlich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der Drachenknochenbogen, gefolgt vom Detra-Bogen. Kannst du dir aber selber herstellen. Ich glaube, es geht jetzt mehr in die Richtung, dass man so über die einzigartigen Bögen spricht. Weil da gibt es ja auch eine ganze Reihe. Genau, das hatten wir im letzten Teil schon mal angesprochen. Da ging es um die beste Waffe oder unsere Lieblingswaffe und das ist jetzt auch in dem Fall Auriels Bogen. Ich denke, ich spreche da wieder für uns beide. Der macht einfach am meisten her. Ich meine, hallo, man kann damit irgendwie Meteororen vom Himmel regnen lassen und schlag mich tot. Das Ding ist schon verdammt cool. Auf jeden Fall macht super viel Spaß. Zusammen mit den Sonnengeweihtenpfeilen wirklich sehr, sehr toll. Aber wie gesagt, ihr müsst dafür das Dorn God DLC installiert haben. Das heißt, hier wieder eine Anknüpfung an die Frage vorhin. Hol dir Dorn God und Dragonborn, bevor du dir Hörfeuer leistest. Genau, und falls du jetzt sagst, naja, ich habe den Deal Season, ich will sie mir nicht holen, dann finde ich wiederum optisch am schönsten den Dätrischen Bogen. Genau, ganz meine Meinung. Ja, damit sind wir jetzt schon am Schluss. Wieder vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal dann wieder bei mir. Genau, bis dahin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.